Hallo Leute, das soll jetzt hier kein langes Video werden, es soll kurz und knackig sein. Ich wollte euch jetzt fragen, weil wir uns ja auf der Suche für neue, also für Kakteen befinden, wollte ich euch fragen, ob ich mir sie nicht lieber sheeten soll. Hier, ich habe mir das sheetprogramm jetzt geholt, also too many items heißt es. Und hier wäre es dann, hier können wir es uns dann sheeten und dann wollte ich euch fragen, wollen wir uns jetzt diese Kakteen oder insgesamt die Items für die Monster fallen, äh, sheeten. Oder halt nicht, wenn nicht, denn würden wir hier halt noch 10 Jahre oder so abkammeln, bis wir was gefunden haben. Aber, oder, aber ihr entscheidet euch dafür, dass wir hier dieses ad sheeten. Ähm, ja, ich berechte eine Entscheidung bis morgen, wenn sich keiner meldet, entscheide ich mich. Und, ja, bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Mitmachen, denn und einen schönen Tag noch. Tschüss!